Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von One Piece Unlimited World Red. Oh, du möchtest bequatschen? Okay. Ja, im letzten Part hat der Akainu verprügelt, hier ein paar Sachen herausgefunden, zum Beispiel Elefanten-Gatling, cool. Und wir sprechen mit Pato. Mein Boss muss derjenige sein, über den alle reden. Wenn ich ihn bloß treffen, mit meinen wahren Gefühlen treffen könnte. Hoffentlich kommen Raffi und die anderen. Sie sollen es sehen. Ich werde versuchen, ihn zu Vernunft zu bringen. Pato folgen? Äh, ja, warum nicht? Gib einfach alles, was du hast. Danke, Raffi. Das werde ich tun. Mehr als das. Pfff, ja, okay. Bäh. Dann nehmen wir jetzt einmal... ...Sori und Robin mit. Habe ich mal Bock drauf. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte, ich renne jetzt wieder zum Schiff und so weiter, aber egal. Obwohl es seine Stadt ist. Das Finale am Rande der Ewigkeit. Okay. Natürlich. Alter. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? 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 Huh? Oh. bean Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Okay Alter Untertitelung des ZDF, 2017 Alter Alter, der ist voll schnell mit dem Angreifen! Ich komme gleich hinterher! Von der Vampirfrucht, Alter, wie cool ist das denn? Alter, ich komme gar nicht hinterher! Alter, wo ist der Penner? Oh, ich... Meine Güte, Alter! Das werde ich öfters machen müssen, das weiß ich jetzt schon, ich kriege ja nur aufs Maul! Was? Meine Fresse, ey, das ist doch... Scheiße ist das! Boah, ich hab's geschafft, auszuweichen! Wahnsinn! Das war so... Das war so... Ja, geil! Super, ey! Scheiße! Meine Fresse, ist das ein Dreck, ey! Meine Güte, Alter, ich kriege nur auf die Fresse! Was ist denn hier? Mann, scheiße! Scheiße! Alter! Nein! Nicht das schon wieder! Boah, dieser miese Sack, ey! Alter, das schaffe ich nicht! Das schaffe ich nicht! Mann! 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 So! Hätte ich gewusst, dass das so abläuft mit dem Kampf, dann hätte ich jetzt nicht Robben mitgenommen! Scheiße! Aua! Mein nächstes kriegt er noch ein bisschen aufs Maul! Scheiße, ich konnte mit Drafi nicht richtig draufhauen, das nervt mich jetzt ein bisschen! Ich bin doch ausgewichen! Mann! Kacke! Leck mich am Arsch! Wichser, ey! Boah! Ja, wiederholen! Ja, vom Kontrollpunkt! Leck mich! Ich glaube, ich hielt mir Raffi wirklich bis zum Schluss auf! Und mach erst mal mit Robin! Wow, ich bin ausgewichen! Uhu, ich bin stolz auf mich! Warte! Och, ne! Komm! Scheiße, das ist doch ein Drecksack! Aber der Vampir-Frau, das ist echt cool! Muss ich einfach mal sagen! Was gut ist, ich kann auch einfach einen auf Sitzpisser machen! Und immer wieder versuchen, einfach auszuweichen, was mir jetzt gerade nicht so gut gelingt! Bis der scheiß Nebel weg ist, aber das ist auch ein bisschen lame! So, jetzt seh' ich ihn wieder! Mann, Hilfe! Meine Fresse, Alter! Warum da zu... Mann! Wichser! Alter, wie ich den einfach nicht kriege, weil er immer abhaut. Alter, das ist doch ein Penner. Mann, ist auch schön, dass es mit dem Schutz nicht immer hinhaut. Ach, ist das ein Arschgar... Ach, Mann. Das ist doch kacke. Meine Fresse. Ja, es hat geklappt. Alter. Kratz doch ab. Nein, nicht ich. Du, Arschloch. Sehr schön. Ja, ich habe doch gedrückt. Mann, Mann, ey. Wenn ich sage, hat der Schutz einmal geklappt und das war's für Zorro. Boah, ist das ein Pisser, ey. Warum hat er so wenig? Ah, das ist Level. Ah, meine Güte, ich drehe schon völlig durch hier. Ah. Alter, ist das ätzend, gegen den zu kämpfen. Der haut auch immer ab, der Penner, das ist unfair. So, diesmal hat es geklappt, auszuweichen. Ich will ihm eine Gatling reinkloppen, aber das haut nicht hin. Nein! Nicht schon wieder. Jetzt würde ich nur noch am Ausweichen, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich nicht klarkomme auf den Scheiß hier. Ich bin noch ausgewichen. Okay, er hört selber auf. Ach, als Maul. Scheiße, Mongo! Dass man die Angriffe auch nicht einfach abbrechen kann, das nervt. Ich will dich kaputt hauen. Nein! Mann, er ist nicht in Ruhe! Ja, das hat er jetzt sehr rausgerissen, muss ich ja mal sagen. Alter! Und das war's, weil er nicht ausweicht! Boah, leck mich am Arsch, ey! Ach, Fick dich doch, du Bastard! Nein! Bla, bla, bla! Boah, ist das ätzend, ey! Boah, leck mich am Arsch! Böder Wichser! Mann, ziel doch mal dahin, wo du hin sollst! Gibt's noch mehr Kapitel, die ich erst machen kann? Ach, ich kotze! Nein, gibt's natürlich nicht! Mann, ey, da würde ich mal sagen, das war's für diesen Part! Im nächsten... Mann, du! Im nächsten geht's weiter! Ich freu mich schon! Nehm ich mal ein paar andere Leute hiermit, vielleicht schaffe ich es dann, den Penner kaputt zu hauen! Ich möchte mal wissen, was er mit diesem Scheiß Ballons auf sich hat! Von mir aus, spoilert mich doch in den Kommentaren, ist mir dann auch egal! Ah, ist das ein... Dreck! So, im nächsten Part, ne! Hauen wir red kaputt! Nehmen wir eine Arrivederci, meine kleinen Macaronis! Und bis morgen zum großen Finale! Tele! Ah!